Warte kurz, heute ist der 10. Heute ist der 9. 2001 und Raffaella bekommt ihre grausliche Medizin. Schmeckt das gut. Das ist super, Raffaella. Jetzt kommt die gute Medizin. Was kommt denn jetzt da? Schau, was die Mama die gibt. Schau. Das kriegst du für die Mama. Schau. 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 Mama ist noch müde. Sie schlaft fast ein. Was ist, wenn Sie so strinken? Jetzt schauen. Na, da bisschen. Und der Papa wird abwischen. Kurz raus. Kurz raus. Ja. Was ist das? Ja, Fehler. So, wechseln Sie uns auf, wenn Sie noch mal raus. Was ist das? Hm? Das sind Mama Ihre Tieten. Mama Ihre Lärm-Tieten. Heute haben Sie das Modrad in... ... ... ...